Gehören Sie zu jenen Unternehmen, die tagtäglich Milliarden von Datensätzen verarbeiten? Und das möglichst schnell. Denn Sie wissen, nur wer Big Data mit enormer Geschwindigkeit richtig verwirten kann, hat auch tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil. Doch wie viel Geld und Technik müssen Sie dafür aufwenden? Wie viele Prozessoren haben Sie im Moment im Einsatz und Hand aufs Herz, wie hoch ist eigentlich Ihre Stromrechnung? Was würden Sie sagen, wenn Sie 70 Prozent Ihrer Ressourcen, 80 Prozent Ihrer Zeit und 90 Prozent Ihrer Kosten sparen könnten? Daten in Millisekunden selektiert werden, unabhängig von der Anzahl und Komplexität der Datensätze. Mit einer Rechenleistung im Megabyte-Bereich. Ja, Sie haben richtig gehört, Megabyte. Klingt utopisch, ist es aber nicht. Denn genau darauf haben wir uns von Goal Software Solutions mit dem Big Data Accelerator spezialisiert. Big Data Accelerator. Dahinter steckt ein innovativer Algorithmus, der als reine Cloud-basierte Softwarelösung funktioniert. So können Sie unendlich viele Datensätze, Felder und Datentypen zeitgleich ultraschnell auswerten, analysieren und visualisieren. Sie möchten harte Fakten? Kein Problem. Mit dem Big Data Accelerator analysieren Sie 3,7 Milliarden Datensätze in 245 Millisekunden, also knapp 0,25 Sekunden. Ein Wimpernschlag dauert 0,15 Sekunden. Und das Ganze auf einem normalen PC mit 512 MB Hauptspeicher. Ohne zusätzliche Prozessorenleistung bei gängiger Netzgeschwindigkeit. Noch immer nicht überzeugt? Dann sehen wir uns die Kosten an. Nehmen wir an, Sie entwickeln für Ihre 30.000 Kunden eine Software. Dazu verwenden Sie zwei Kerne. Bei klassischen Anbietern kostet Ihnen nun die Lizenz für Ihre Datenbank pro Kunde 123,08 Euro. Die Entwicklung samt Betriebskosten 187,41 Euro. Damit beraten Sie bei 30.000 Kunden die stolze Summe von 9.314.700 Euro monatlich. Nun zu den Kosten des Big Data Accelerator. Hier kostet Ihnen die Lizenzgebühr 60 Euro pro Monat. Die Betriebsgebühren liegen bei 16 Euro. Sind in Summe 2,28 Millionen Euro. Das heißt, Sie sparen 7.034.700 Euro jeden Monat. Und das Beste? Ihr Unternehmen schont durch die enorme Einsparung bei Energie- und Hardwarekosten sogar die Umwelt. Denn der Big Data Accelerator ist grüne IT-Technologie. Der Umstieg ist übrigens kinderleicht und funktioniert sofort. Und weil wir so von unserem Produkt überzeugt sind, gibt es sogar eine Zufriedenheitsgarantie. Neugierig geworden? Dann reden Sie mit uns. Am besten vereinbaren Sie gleich einen Termin. Entweder per E-Mail unter info-at-goal-software.com oder telefonisch unter plus 49 911 98 95 98 15. Gold Software Solutions. Damit Sie zukunftsfit werden.